Mit dem besten Team der Welt, es ist Wahnsinn, wie krank gut die Spieler sind. Der Account hat jetzt auf 35.000 Euro gekostet, ihr macht das zu Hause bitte auf gar keinen Fall nach. Cristiano Ronaldo? Ne, das ist der normale Ronaldo. Und deswegen ist er auch drin. Ronaldo, geiler Typ. Der ist OP! Entschuldigung. Pelé, schön. Mal hoch rein, Messi! Messi, Kopfballtor.